Ich hab noch einen Kälte-Witz für Sie. Was so kalt ist, wir haben ganz viele Kälte-Witze schon gemacht. Ich hab noch einen super Kälte-Witz für Sie. Der berühmteste amerikanische Teenie-Star nennt sich jetzt nur noch Justin Bieber. Riesenthema hier in Amerika. Justin Bieber ist verhaftet worden. Ihm werden gleich vier Vergehende vorgeworfen. Erstens illegales Autorennen, dann Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Führerschein und beschissene Musik. Wir haben... Justin Bieber ist hier ein unglaubliches Thema. In den Hauptnachrichten geht es los mit Justin Bieber. Davor kommt höchstens noch, wenn in New Jersey einer mit dem Auto in den Supermarkt reingefahren ist. Aber das ist so, wie wenn die Tagesthemen in Deutschland mit Mola Adebisi anfangen. So ungefähr ist das hier. Ja, so sieht's aus. Wegen Fahren ohne Führerschein. Das braucht man bei Justin Bieber wegen Fahren ohne Führerschein. Seit wann braucht man für Bobby K. einen Führerschein? Nein, die Wahrheit ist, er ist mit einem gelben Lamborghini erwischt worden. Den hat er vom ADAC-Präsidenten geliehen bekommen. Das ist die Wahrheit. Ich sehe hier, die Deutschen in New York sind gut im Thema, oder? Sie kriegen ein bisschen mit, was in Deutschland passiert, oder? Ich habe jetzt hier ein bisschen amerikanisches Fernsehen geguckt. Für mich wirklich sensationell. Also erstmal merkt man ihnen an, dass sie lange in Amerika sind hier, weil sie alle total happy sind und gut drauf, wie alle im amerikanischen Fernsehen. Dafür muss man die Amerikaner wirklich beneiden. Am eindrucksvollsten fand ich, als ich diese Show im Nachmittagsprogramm gesehen habe, wo eine Frau Chicken Ragu präsentiert hat. Hat eine Frau Chicken Ragu gemacht und hat es auf den Teller getan. Da war schon relativ große Begeisterung im Publikum. Und dann kommt der Hammer. Sie hat gesagt, hier Chicken Ragu auf den Teller und dann nur noch ein paar Kräuter drüber. Dann hat sie Kräuter drüber gestreut und dann sind die Leute ausgerastet. Das können sie sich nicht vorstellen. So, wie soll ich das erklären? Die sind so ausgerastet, als ob der 1. FC Köln in der letzten Minute aus einem 0 zu 5 noch ein 6 zu 5 macht. So sind die Leute abgegangen. Wirklich echt zu beneiden. Oder der Typ, der hier über Kartoffeln gesprochen hat. Alles wird hier mit Reaktionen belegt. Der hat Kartoffeln gezeigt und hat gesagt, wenn sie in den Supermarkt gehen und sie sehen Kartoffeln im Kühlregal, kaufen sie sie nicht. Die könnten nämlich alt sein. Und dann hat die Frau neben ihm gesagt, uuuuuhhhhhh und das ganze Publikum hat mitgemacht. Uuuuuhhhhhh, alte Kartoffeln. Aber ein bisschen beneide ich die Amis schon. Haben sie gestern Abend bei der Grammy Verleihung, wir sind ja direkt vor Ort, haben sie bei der Grammy Verleihung gestern Abend Pharrell Williams gesehen? Mit diesem Hut? Super, oder? Da muss man wirklich sagen, Hut ab! Der Hut ist schlimmer als alles, was Mola Adebisi im Dschungel machen musste. Ich glaube, der hat noch einen Hut drunter, einen richtigen, weil es so kalt ist. Und ich muss wirklich sagen, diesen Hut hätte sich Madonna lieber über die Birne gezogen. Und zwar bis hier. Und zwar. Und zwar.